So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Channel, auf dem Channel von Bastian Hook. Okay, ich hoffe, euch geht es gut. Bei mir war es eine verdammt anstrengende Woche, aber es macht einfach Spaß. Warum? Ich war die Woche extrem, extrem unter Zeitdruck, okay? Diese Woche waren wirklich Nächte dabei, wo ich nur vier, fünf Stunden geschlafen habe. Das Ganze ging jetzt sieben Tage durch, aber nichtsdestotrotz, das Ganze hat sich gelohnt. Und warum ich jetzt im Endeffekt auch ein Video mache, ist genau diese Woche, okay? Weil ich euch eine Lesson, eine Lektion im Endeffekt mitgeben will, die ich am Anfang, als ich unternehmerisch begonnen habe, falsch gemacht habe. Und viele Sachen lernt man einfach mit der Zeit. Und wenn du entsprechende Mentoren hast und Leute, die dort sind, wo du sein möchtest und die dir einfach Tipps geben können, musst du bestimmte Fehler nicht mehr machen, die diese schon gemacht haben. Und du hast vor allem bei manchen Sachen das richtige Mindset, okay? Und das richtige Mindset will ich dir in diesem Video mitgeben, und zwar das richtige Mindset für das Thema Zeit, okay? Es gibt so ein Sprichwort, das heißt, Time is your biggest wingman, okay? Also die Zeit ist dein größter Wingman, also Wingman ist, sag ich mal, sowas wie ein Helfer. Ist im Endeffekt ein Sprichwort aus dem Datingleben. Will ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, nicht, dass mich meine weiblichen E-Commerceler in der Shirt Masterclass dafür verurteilen, oder sich andere weibliche E-Commerceler, die eigentlich Lust auf E-Commerce und auf Print and Demand haben, mich für diesen Spruch hier, oder wenn ich da näher ins Detail gehen würde, dafür verurteilen würden. Aber Time is your biggest wingman, okay? Und das ist im Endeffekt nicht nur im Datingleben wahr, sondern auch im Unternehmertum, im Entrepreneurship und im Business. Warum? Also bei der Zeit ist es so, die Zeit ist natürlich, ich sag mal, ein zweischneidiges Schwert. Das heißt, auf der einen Seite solltest du absolut den Biss haben, den Ehrgeiz und deine Ziele so gesteckt haben, dass du in möglichst kurzer Zeit möglichst viel erreichen willst, okay? Dann hast du das richtige Mindset und je mehr du erreichen willst in umso kürzerer Zeit, desto mehr Gas gibst du, okay? Und das ist eine verdammt, verdammt gute Eigenschaft, wenn du die hast, okay? Wenn du diese Eigenschaft hast, dann wirst du Dinge in deinem Leben erreichen. Nur, deswegen sag ich zweischneidiges Schwert oder zweiseitige Medaille, wenn du dir so viel Druck machst, dass du in so kurzer Zeit so viel erreichen musst, dann kann es eben gleichzeitig sein, dass du dich blockierst, okay? Das heißt, auf der einen Seite hast du den Vorteil, du willst in sehr kurzer Zeit sehr viel erreichen, bedeutet, wenn du gut bist, dann testest du sehr, sehr viele Produkte in sehr kurzer Zeit, findest sehr schnell raus, was funktioniert, was nicht, aber wenn du dir zu viel Druck machst, dann blockierst du im Endeffekt deine Konzentrationsfähigkeit, du blockierst deine Kreativität, du blockierst dein Denkvermögen, du bist insgesamt einfach schwächer, auch körperlich, okay? Das heißt, das leitet mich über zu Punkt 2, auf der einen Seite versuch auf jeden Fall, in so kurzer Zeit so viel wie möglich zu erreichen, aber nicht so viel, dass du dir zu viel Druck machst, denn es gibt eben ein, kein Sprichwort, aber etwas, was Gary Vaynerchuk, Gary Vee des Öfteren gesagt hat. Er hat im Endeffekt gesagt, weil viele Leute gerade am Anfang eben noch keine Idee haben, gerade wenn sie jung sind, hey, was soll ich machen, was soll ich für ein Business starten? Viele wissen, ich will ein Business starten, ich weiß aber nicht, was für eins. Viele sind einfach noch nicht hier auf das Online-Unternehmertum gekommen, wo im Endeffekt jeder von heute auf morgen den entsprechenden Skill lernen kann und sich seine eigenen Online-Unternehmen aufbauen kann. Und dementsprechend hat er gesagt, hey, also Gary Vaynerchuk, eigentlich kannst du von deinem 20. Lebensjahr bis zu deinem 30. Lebensjahr, du kannst 10 Jahre lang einfach nichts tun, einfach nichts tun und du bist danach immer noch jung und kannst dein Business starten, okay? Lass dir das auf der Zunge zu gehen. Gary Vaynerchuk, ich weiß nicht, wie viele Follower er auf Instagram hat, sind es 4, 5 oder 6 Millionen, einer der bekanntesten Online-Marketer weltweit, einer der erfolgreichsten Online-Marketer und Entrepreneure weltweit, okay? Und er sagt, du kannst zwischen 20 und 30, du kannst im Endeffekt nichts tun, du kannst den ganzen Tag in der Sonne liegen und Cocktails trinken, okay? Und selbst mit 30 bist du immer noch jung, also nimm dir den Druck raus, okay? Und das ist jetzt im Endeffekt so eine Waage, wo du die perfekte Balance finden musst. Auf der einen Seite Vollgas zu geben und auf der anderen Seite aber gleichzeitig auch den Druck ein bisschen rauszunehmen und zu sagen, hey, okay, selbst wenn jetzt was schief geht, wenn ich Vollgas gebe, ich habe immer noch genug Zeit, okay? Und das ist ganz egal, ob du 20, 30 oder 40 Jahre alt bist, denn wichtig ist im Endeffekt einfach nur, dass du für dich die Entscheidung in deinem Kopf getroffen hast, ja, ich will was in meinem Leben verändern, okay? Ich will was machen. Und in dem Moment, wo du diesen Hebel in deinem Kopf umgelegt hast und dir wirklich dieses Ziel gesetzt hast und das wirklich willst, dann wirst du auch erfolgreich werden und du wirst die passende Balance für dich finden. Und dabei musst du eben ganz, ganz viel auf dich selber hören, so blöd das klingt, auch auf dein inneres Gefühl. Okay? Das heißt, du guck, okay, was stresst mich wie sehr, was stresst mich weniger und find die perfekte Balance zwischen Vollgas und das Auto auch mal wieder ausrollen lassen. Okay? Dritter Punkt, du willst die Zeit, die du für dich nutzt, natürlich so effizient wie möglich nutzen. Okay? Und deswegen der ganz, ganz klare Tipp von mir an dich, nimm dir, egal ob du Print-on-Demand machst, was natürlich mein absoluter Vorschlag, mein absoluter Tipp ist, aber egal welches Business du machst, nimm dir einen Mentor. Okay? Okay, es ist schwachsinnig, wenn du drei, vier, fünf Jahre mit Try and Error verbringst, weil du sagst, hey, ich will kein Geld ausgeben, ich will mir das alles alleine beibringen. Okay, fair enough, aber überleg dir einfach, wenn du fünf Jahre lang ohne Anleitung das Ganze probierst und nach fünf Jahren dann beginnst, erfolgreich zu sein, weil du fünf Jahre lang gebraucht hast, um rauszufinden, wie das Ganze funktioniert, versus jemanden, der sich einen Mentor genommen hat, innerhalb von ein, zwei, drei Monaten das perfekt beigebracht hat, was er braucht, um erfolgreich zu sein, dafür ein bisschen Geld in die Hand genommen und in sich selbst investiert hat, denn er hat das Geld nicht zum Fenster rausgeschmissen, sondern er hat in Wissen investiert und dann beginnt, ab dem dritten Monat Geld zu machen. Nicht nur das Geld wieder reinzuholen, was er in sich investiert hat, sondern deutlich, deutlich mehr. Okay? Bedeutet, Erfolg nach drei Monaten oder meinetwegen nach vier, versus nach fünf Jahren. Okay? Nutzt die Möglichkeiten heutzutage. Heutzutage haben wir das Internet, du hast die Möglichkeit, über das Internet, innerhalb von Minuten, von Stunden oder was auch immer, Zugang zu den besten Mentoren weltweit zu bekommen, in den unterschiedlichsten Fachbereichen. Okay? Vor Zeiten des Internets wäre das nie möglich gewesen und das sind einfach Möglichkeiten, die wir heute haben und deswegen, mein Rat von Herzen an dich, nutze diese Möglichkeiten. Okay? Wenn du irgendwie, keine Ahnung, Rennsportler werden willst, wenn du professioneller Volleyballspieler werden willst, ja, bin ich im Endeffekt komplett der Falsche. Wenn du allerdings professionelles E-Commerce, professionelles Print-and-Demand-Business lernen willst, dann wende dich an mich. Okay? Schick mir einfach entspannt eine DM bei Instagram oder du kannst dich auch unter hookdesigns.de entspannt einfach auf ein persönliches Beratungsgespräch mit mir einbuchen. Ja? Aber auch wenn du dich für ein anderes Business entscheiden solltest, was ich dir an der Stelle natürlich nicht raten möchte, weil Print-and-Demand im E-Commerce, im Online-Bereich mit Abstand meiner Meinung nach das beste Business ist, aber such dir einen Mentor. Okay? Förderpunkt, teste deine Produkte wieder in Bezug auf das Thema Zeit möglichst, möglichst schnell. Okay? Nicht nur, dass du dann generell einfach schneller erfolgreich wirst, weil du siehst einfach viel, viel schneller, welche Produkte mit deinem Print-and-Demand-Shop in deiner Nische funktionieren. Bedeutet, je schneller du weißt, was funktioniert, umso schneller entwickelst du einen viel, viel besseren Product-Market-Fit. Das bedeutet eben, dass du ganz genau weißt, welche Produkte zu deinem Markt, sprich zu deiner Nische passen, welche dort funktionieren, welche das meiste Geld bringen, sondern gleichzeitig baust du damit automatisch eine immer, immer größere Brand auf, weil du immer mehr Produkte in deinem Shop drin hast, immer mehr Produkte, 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 die genau auf deine Zielgruppe zugeschnitten sind. Bedeutet, dein Shop wird immer bekannter in deiner Nische, weil sich eben herumspricht, dass du genau der bist, der im Endeffekt die passenden Produkte für diese Zielgruppe hat. Okay? Produkte, die den Leuten in dieser Zielgruppe aus dem Herzen sprechen. Dann wirst du irgendwann Produkte nicht nur über Online-Marketing, über Facebook-Marketing, über Facebook-Ads, Instagram-Ads, Pinterest, YouTube, Google, was es alles gibt, verkaufen. Nein, dann wird sich die Mund-zu-Mund-Propaganda in deiner Nische einstellen, denn wir sind in Nischen unterwegs. Okay? Beispiel Hundenische. Ich weiß, kennt jeder, aber es ist ein super Beispiel. Was denkst du? Hunde, Hundefreunde oder Hundeliebhaber oder Hundebesitzer gehen natürlich mit ihrem Hund spazieren. Die gehen Gassi, wie es so schön heißt. Die gehen meistens nicht alleine, die treffen sich mit anderen Hundefreunden. Oder sie sind in der Hundeschule, sind auch wieder andere Hundefreunde. Oder sie sind irgendwo im Biergarten, lauer Sommerabend, was essen, was trinken. Der eine hat einen Hund dabei, der andere auch. Hunde spielen miteinander, die Leute kommen ins Gespräch. Also die Leute in einer Nische sind immer mit anderen Leuten in der Nische befreundet oder bekannt. Und auch da wird sich dann irgendwann rumsprechen, wo diese Designs herkommen, die Produkte und so weiter. Dann kommen Leute nicht mehr nur online in deinen Shops, sondern plötzlich eben auch offline. Und deswegen sage ich ja, teste in Kürze, was funktioniert. Teste am besten nicht nur fünf Designs am Anfang, sondern zehn, schau, was funktioniert, die nächsten zehn und so weiter. Je schneller du testest, umso schneller wirst du groß, umso schneller verdienst du Geld. Fünfter Punkt, geh mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit. Oder? War der Spruch richtig? Geh mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit. Ich glaube ja. Bedeutet, heutzutage ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, meiner Meinung nach mit Abstand das beste Online-Business-Modell, Print-on-Demand. Vor Jahren haben die Leute versucht, Dropshipping zu machen oder teilweise auch immer noch. Sie scheitern meistens kläglich. Ich habe so viele Leute, die bei mir im Print-on-Demand angefangen haben und damit erfolgreich sind und ursprünglich aus dem Dropshipping gekommen sind. Dropshipping, wo du ab 2021 neue Zollgrenzen hast, wo du extrem lange Lieferzeiten hast, wo du Produkte vermarktest, die tausende von anderen Leuten auch vermarkten, andere Online-Marketer, die extrem schnell ausgelutscht sind, über dem Markt sind, du hast keine kundenindividuellen Produkte, du kannst keine Produkte speziell für deine Nische herstellen. All das, was wir im Print-on-Demand machen. Okay? Deswegen mein Hinweis an dich, geh mit der Zeit und dementsprechend Print-on-Demand ist meiner Meinung nach the way to go. Wenn du dazu mehr wissen willst, schau dir gerne einfach noch ein paar andere Videos auf meinem Channel an. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann schreib sie natürlich gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann würde ich mich natürlich über ein Like auf mein Video sehr, sehr freuen. Abonnier gerne auch meinen Channel. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.